hallo freunde und herzlich willkommen zurück zu space engineers also ich habe eine gute und eine schlechte nachricht für euch die gute nachricht ist es geht weiter mit space engineers und die schlechte ist die folge die ich eigentlich vor der folge gemacht habe ist ja nicht die ist die ist weg die ist nicht renderbar deswegen jetzt auch schon so weit wie es jetzt so weit ist was mir wirklich leid tut aber sowas passiert eigentlich sowas passiert ab und zu mal so technische probleme und so ein blödsinn wahrscheinlich hat sich mein aufnahmeprogramm oder das encoder programm gedacht beziehungsweise der encoder hat sich gedacht ich mache einfach mal pause urlaub und so gut darauf war das ist jetzt die folge gut geht also wie ihr seht ich habe jetzt schon wie gesagt eigentlich wollte ich das ja mit euch machen oder habe das mit euch gemacht aber wie gesagt die folge ist leider nicht usable also die kann ich nicht gebrauchen oder die könnt ihr nicht gebrauchen ich kann auch von der folge nichts nutzen das würde ich jetzt irgendwas reinschneiden aber es funktioniert alles nicht ja ich habe jetzt mal versucht ein bisschen noch ein bisschen mehr details rein zu bringen weil ich habe ja gesagt ich wird gern da oben noch sowas wie kommando zentral mäßig oben anbringen und das würde ich quasi gerne jetzt in der folge machen also nehmen wir das jetzt mal langsam so ein bisschen in angriff muss mal gucken wie sieht man noch gut sieht noch gut aus genau so müsste jetzt mal gucken ach so eigentlich wollte ich erst mal noch die wände anpassen ja okay das passt nicht ganz ich habe mir das auch ich habe eigentlich gedacht das ist ein bisschen besser passt ach so ich habe den hier drüben falsch gedreht okay dann berichten wir das mal kurz und ich glaube ich müsste sowieso eigentlich bild und repair noch mal ausmachen das war glaube ich der falsche das ist nicht der richtige wo bist du musst du hier dabei das müsste jetzt eigentlich richtig rum sein gut okay dann haben wir das jetzt mal repariert so mal gucken wie man das jetzt am blödsten ich kenne das jetzt natürlich so machen dass ich das jetzt einfach so mache ich glaube ich ein bisschen zu einfach oder aber na gut hauptsache es ist ja ich würde so sagen wir machen das jetzt einfach mal so hier geht es dann wieder los mit dem rumprobieren dann muss ja noch weg der hätte bleiben können und das muss weg okay so jetzt geht es ans testen jetzt geht es ans probieren und könnte man sagen ich glaube versuchen dass man den den wir hier hatten vielleicht so gedreht kriegen dass es hier passt sie da oben noch nicht so alles doch so passt es gut machen dann passt es hier aber nicht sind irgendwie hin genau da passt dann nämlich so da brauche ich dann anträge hier oben wenn man ja wird dort drin ok wäre das jetzt cool das dürfte sogar funktionieren sehr schön das ging ja leicht auch das ging also ich will jetzt nicht sagen leicht aber es ging schneller als gedacht die ecke passt nicht haben wir so eine ecke tun können wir uns mal hier gucken die brauche ich nicht die ist es auch nicht ich kann schwören so eine ecke gibt es aber irgendwo ich muss sie bloß finden 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 ne die ist es auch nicht echt jetzt scheitert das an ich denke doch die wäre es gewesen aber ne die ist es dann doch nicht verdammt ne die könnte man nicht mehr hier oben benutzen so rum höchstens passt die jetzt da rein ne da oben passt es jetzt auch nicht rein aber hier könnte ich sie nochmal setzen ne ne die passt hier rein ne ich habe NE ich habe auch gedacht dass es die ecke ist aber die muss weiter nach unten mhm die ist es auch nicht wir gucken mal weiter irgendwas finde ich was hier reinpasst Die will ja auch nicht Warte mal bei der 4 Die passt hier nicht rein, oder? Ne, das sieht auch komisch aus Die invertierte Ecke sieht auch komisch aus Und die passt nur so halbwegs Das ist jetzt blöd Das ist jetzt blöd Also hier oben sieht es gut aus, muss ich sagen Hier passt es eigentlich relativ gut Aber hier auf der Seite halt nicht Ne, die passt auch nicht wirklich rein Verdammt Die passt leider auch nicht rein Und die ist ganz klein Mist Die würde eigentlich passen hier normalerweise Ja gut, die beißt sich damit Der da oben Warte mal, wenn wir das so machen Aber ich glaube, da kriege ich nichts für den Rest Also sieht das eigentlich schon ganz okay aus Verbrauche mir noch mein ganzes Fuel Schade echt, dass die nicht passt Oder kriegt man die irgendwie gedreht Weil ich bräuchte die schmale und die lange Seite Auf eh nur Seite Auch die werde ich so nicht gedreht bekommen Ne So, dann wird es nichts Ich bräuchte die nochmal in die andere Richtung Also quasi so rum Dass die Spitze dann so da nach oben geht Dann könnte das sogar passen Oder ne, wie denn jetzt Das ist so nochmal noch Also quasi das, was jetzt oben ist Dass das nochmal schmaler wird Ja Die passt hier auch nicht hin Doof Was sieht denn das denn hier eigentlich aus Warte mal, was könnte man denn hier eigentlich nehmen Und hier wäre es ja normalerweise dann Die beste Variante wäre ja dann die hier Dass wir hier die Ecke nehmen Und das wäre hier dann quasi so dasselbe So, bis hierhin erst mal Da haben wir dort den Ähnlichsten Hm Na ja, gut, okay Ist dann jetzt halt so Ist dann jetzt halt so So So, schauen wir mal Wie das jetzt hier drüben ist Was hatte ich denn jetzt hier unten genommen Ach ja, genau Hatte ich ja bloß Den hier Ich meine, bloß ist auch gut Hoppala Schön verrissen So So, machen wir uns das hier jetzt genauso hinkriegen Ähm Hier war es jetzt auch die, oder? Also die War es jetzt hier So Und hier hatte ich jetzt Die hatte ich jetzt hier Genau Das hatte ich denn jetzt da oben drin Oh Gott Ich habe auch das hier Ah, okay, das war die Ich meine, gut Ich hätte hier einfach bloß Probieren Probieren Brauchen Aber es ist manchmal Einfacher als Leichter gesagt Als die da Okay Die war es nicht Da war es, glaube ich Hier Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ne Die doch bei der 5 Ne Da muss sie hier sein Naja, da ist sie So Irgendwie so, dass ich ein bisschen mehr sehe Also Okay Ich stehe jetzt Hier nochmal irgendwo Ja, hier hatte ich es ja nochmal drin Wie hatte ich denn das jetzt? Ja, ich glaube, die hatte ich auch nochmal irgendwie gedreht Dass die hier passt Genau So Und hier ist jetzt wieder diese blöde Ja Ja, das ist die Ecke, die ich jetzt nicht zukriege Ja Ähm, wie hatte ich das jetzt gemacht? Noch einmal so Ne, warte mal Doch Na, da kläfft es aus der Decke Der kläfft es aus der Decke So Ey Ey Ab So Sorry Leute Mal kurz ein bisschen Maßregeln hier Den Kleinen Ähm, wie mache ich das jetzt hier? Wie mache ich das jetzt hier? Das Schlimme ist eigentlich Hier oben schließt es ab Aber hier hinten lässt es so eine übelste Kante frei Das kommt mir auch ehrlich gesagt Ein bisschen zu weit raus Finde ich Weißt du was, wir machen das jetzt so Eine kleine Kante gibt es ja immer Und wenn jemand eine andere Idee hat Dann darf ich mir das gerne mitteilen Da bin ich gerne dabei So Gut Dann hätten wir das jetzt Okay Ich habe jetzt hier unten schon mal das Loch gelassen Für Ich nenne es jetzt mal Den Operational Room So Dann ist jetzt die Frage Lass ich den jetzt einfach so rauskommen Oder tue ich den auch ein bisschen Stylen Achso Ich müsste ja quasi hier noch Wenigstens bis da ran bestimmt Müsste ich das hier oben wenigstens verändern Moment Das geht jetzt mal schnell Alter Das findest du hier oben So Wir machen jetzt aber trotzdem Also Ich werde jetzt erstmal hier weiter Bauen Bevor dann das Licht dazu kommt Weil ich glaube Licht ist dann unser kleineres Übel Ja Das ist nicht weiter schlimm Das ist nicht weiter schlimm Ich darf jetzt auch noch achten Da hätte man für gar nichts mehr Zeit hier So Okay Das sieht ja schon mal so weit ganz gut aus Sehr schön Sehr schön Ähm Okay Ich würde sagen Wir machen den Wie nennt man das jetzt eigentlich Jetzt brauche ich ja schon mal einen Anfang So Wir sind jetzt hier Fange ich jetzt hier an Weil ich hätte jetzt gesagt Ich mache den Wenn ich jetzt hier Anfangen würde Lass mich den mal hier kurz setzen Drei hoch Eins Zwei Drei Dann hätten wir immer noch Zwei blöcke luft nach oben Okay 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 Jetzt habe ich den blogg nicht gesehen Clubs So ich baue mir jetzt hier auch schon mal eine kleine plattform Das wäre dann jetzt So Da kommt der kann ruhig noch ein bisschen größer werden So Machen wir hier nochmal Genau Dann geht er bis dahin Ähm Dann hätte ich jetzt gesagt Dann hätte ich jetzt gesagt Dass der vielleicht sogar noch ein bisschen mal da rauskommt Würde ich das jetzt so machen So Ob ich jetzt vorne die kleinere Spitze nochmal dran mache Wäre ich jetzt noch nicht Jetzt muss ich aber mal gucken Wo ist denn jetzt Das würde ja so nicht Nee Das passt so nicht Okay Dann muss ich hier gucken Die müsste glaube ich hier drin sein Könnte es das schon sein Ist denn jetzt das Eigentliche Gegenstück dazu ist es jetzt wieder das hier ja das gibt es leider nicht nach oben oder verdammt wir probieren das muss so und so und so und so dann können wir die zwähne nicht mehr wegnehmen ja ja ist ja alles gut na wo ist er denn jetzt da ist er so gucke nicht mal zeit ich habe zum aufkommen so dann würde ich das nämlich so machen dann hätten wir jetzt hier eine schöne plattform dann müsste man das natürlich alles noch mal also bis zumindest ich sag mal das hier könnte man eigentlich lassen aber ab hier erst dann wieder offen was wäre denn jetzt bis hier her aber zwei hoch reicht eigentlich hoch oder zwei hoch reicht eigentlich auch würde ich jetzt mal so sehen dass das reicht okay dann könnte ich mir nämlich hier in die ich muss noch mal gucken wo jetzt die mitte ist mitte ist hier also mitte müsste aber das machen wir anders habe ich da ja doch mitte ist hier so den würde ich mir da hinsetzen oder setze ich mir den hier hin ich würde mir doch lieber dahin setzen oh mir fehlen interior plates oder ups upsie achso mein inventors voll ja geht ja nicht ich brauche die da die da brauche ich keine angst das kriegt dann noch ein bisschen andere farbe das bleibt jetzt dann nicht so ich meine gut den können wir uns immer noch mal versetzen das ist ja schon mal temporär das ist sowieso vieles hier wie so vieles hier ja genau sorry dass ich jetzt anfangen musste lachen aber ja temporär nicht gut dann bräuchten wir jetzt quasi quasi ich könnte ihn ja trotzdem drei hoch machen fällt mir jetzt gerade mal so ein weil das spielt ja keine rolle was hier ist ne das spielt ja glaube ich keine rolle was hier ist weil hier ist ja dann eh noch mauer und decke und decke und mauer also passt das alles ja okay das ist super okay gut dann würde ich jetzt vergessen dass wir hier ich hatte sie noch siehste genau die hier ah ne das sind die langen ne die scheiße die brauche ich nicht die brauche das sind die großen die brauche ich jetzt aber auch nicht jetzt würde es mir eigentlich besser jetzt würde mir das fast besser gefallen wenn das hier so eine runde hat also quasi hier so eine fensterscheibe kann ich nicht setzen weil ich habe das zeug nicht dazu und hier dann noch eine hin und dann das ist hier so eine schräge nach hinten das war jetzt natürlich noch geiler aber gucken das kriegt man oben hier also für das teil was mache ich denn hier müsste es ja auch noch eine andere ecke geben eigentlich wartet mal die hatte ich glaube ich auch schon gesehen ne die ist glaube ich hier mit dabei komm schon enttäuscht mich nicht dann muss ich hier sein die hier müsste glaube ich passen oder ja so kann man das ruhig mal ein bisschen optional gestalten nicht immer alles so rundlich weil so eine plattform sieht doch auch schick aus gut äh bin ich jetzt richtig ja ich bin richtig oh ich habe nur noch eine flasche muss ich langsam mal aufpassen ähm gut also zurück zu den scheiben der fenster fünf haben wir hier ah hier sind die schrägen okay aber kriege ich die jetzt hier so dran ne kriege ich nicht ja verdammt 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 aber die würde ich hier hinkriegen aber passt das wohl so nicht wie ich das möchte ähh äh warte mal es gibt ja noch aber das waren glaube ich die hier oder gibt es die nicht auch noch als ehener ach ach die passen auch nicht hier dran verdammt stimmt die sind in so einem flachen Winkel ist richtig ja aber die sind eigentlich nicht so für diesen Winkel gedacht Mist ich dachte ich könnte jetzt hier Scheiben ansetzen aber gut theoretisch müsste ich eh hier oben anfangen aber ich müsste ja erstmal hier jetzt Scheiben setzen ah ok ja mal gucken ja das kriegen wir auch schon wie hin das kriegen wir auch schon wie hin aber da müsste selbst die ja nach außen gehen eigentlich ok mal gucken irgendwie das alles habe ich keine träger doch habe ich kann sagen so die hier hin und das dann so dahin hier gibt es doch bestimmt noch eine ordentliche das ist die ganz große habe ich jetzt echt nur die ganz großen müsste es doch noch andere Fensterscheiben geben Moment 1x2 gibt es hier keine 2x2 die habe ich glaube ich schon ne das waren die hier ach doch hier sind sie doch so rum und so ok ok dann können wir das jetzt mal hier probieren die brauche ich bloß anderes machen genau dass die jetzt oh Mist das wird genau im Sichtfeld das ist echt blöd aber man muss anders das setzt mal die in der ja verdammt dann wir die sagen setzt mal die in der Mitte ja das ist jetzt nicht schlimm dann setzen wir die große in die Mitte so dann lese ich nicht ob es jetzt noch 3x3 ist zu groß 2x3 ist so zu groß ok dann müssen wir die anderen nehmen dann müssen wir leider die hier nehmen und die können wir dann auch so hoch kann setzen oh nein ich habe kein stuff mehr toll alles ich habe jeden scheiß einstecken nur Girders nicht also nur diese Träger nicht Träger 2x3 müssten ja eigentlich reichen normalerweise halt jetzt habe ich was vergessen Träger so und dann haben wir hier unser Observation Deck man sieht jetzt nicht viel vom Hangar das noch irgendwie ein bisschen anpotzen also die müssten ja quasi jetzt eigentlich sogar halten ich will erstmal was machen ich will erstmal weil nach oben raus ist es ja eigentlich egal nach oben raus ist es ja wurscht dann wäre das ja quasi nach oben raus wäre das ja quasi halt falsche Line das klang jetzt auch falsch das klang jetzt auch falsch falsche Line das klang jetzt auch falsch so ja das weh ich dass ich die hier nicht sitzen kann das weh ich auch so du da hin du da hin du da hin dann würde ich jetzt versuchen wenn wir oben zu haben so so ja das hat was das hat was das hat was sieht zwar aus wie ein Standard äh geschlönse aber ja fast schon gut dann würdest du es jetzt nämlich hier mal so probieren dass wir die wegnehmen wo habe ich denn jetzt das Cockpit drauf gesetzt ja das ist jetzt natürlich blöd ach ne warte mal da sitzt ja ein zwei da hinten stimmt so mir ist das jetzt so wichtig dass es ja doch mir ist es jetzt mir ist es jetzt mal wichtig als ob es mir sonst nicht wichtig wäre aber mir ist es jetzt mal wichtig also jetzt ist es jetzt ausgerechnet jetzt ist es mir mal wichtig dass das jetzt so funktioniert wie ich das möchte ähm scheiben so ah mein Sprit ist knapp sei sie so komm laden wir schnell auf hier dann machen wir dasselbe das jetzt nochmal mit den Flatschen A2 2 A2 1 2 3 1 3 2 3 4 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 nur noch so wenig flaschen ich bin voll ich bin voll so jetzt habe ich auch noch platz noch die wenn es ist mal voll so er wird kommen dann immer 25 mit ist ja wurscht genau so dann würde ich hier aber nur diese dran kriegen aber das würde mir schon reichen ehrlich gesagt das stand los gucken wie es dann hier mit der schräge woche so schräge das jetzt das hier läuft läuft jetzt war ich natürlich richtig schlau jetzt komme ich da nicht mehr rein das ist natürlich richtig geil mega ach mann so geil so geil könnte manchmal gucken die mitte ist jetzt da kann man nämlich was machen ach ja klar jetzt setzt sich deine kamera jetzt noch die kamera komme ich da so gut durch das ja ja das wichtigste server ist locker sind um acht tage viel stimmt jetzt durch den durch das cockpit sieht man so wenig müsste hier vielleicht was könnte ich denn hier noch hin machen dass man hier ein bisserl mehr sieht dann ist es so was haben wir denn noch für möglichkeiten wartet mal was haben wir denn noch wir werden bloß hier und dann noch die cockpits aber hier oben ein cockpit reinsetzen ist jetzt auch blöd ein cockpit möchte ich nicht aber gut das ist halt dann das problem dass man es dann halt nicht wirklich sieht hm 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 wir können ja mal was probieren und zwar ich glaube das industrial cockpit müsste ich sogar noch irgendwo haben oder beziehungsweise warte mal ein bisschen hier ist es jetzt nicht dabei weiß ich klatsche mir bloß den sitz hier ja genau das wäre ohne idee wo sind denn die kotzpitz kotzpitz habe ich doch nicht mehr drin okay dann ziehen wir mal schon raus lass das mal schweißen ist natürlich schwachsinn aber alleine nummer für die also für die view wird es funktionieren weil man hätte nicht so ein so ein riesen club fuß hier drin ne das machen wir aber nicht das ist es ist ja völlig dämlich ich nenne es jetzt mal dämlich dämlich ach mensch okay gut dann würde ich sagen wir machen das jetzt trotzdem mit der konsole und die konsole würde ich dann ich würde ja hier ich müsste ich muss ja dann eh noch ein bisschen ausbuddeln hier ich könnte mir natürlich einfach ein button pendel herstellen das würde auch gehen ach warte mal kann ich hier eigentlich jetzt jetzt mal rein nur aus aus flachs mal rein nur aus flachs dass jetzt keiner in die scheibe fällt wo sind die scheiß dinge auch hier ich könnte die sogar noch hier drin setzen das wäre okay das ist okay guck mal da geht man bis hier ran ziemlich oben der ecke ja schräg wäre auch super oder hallo ich mega ich kann weil sonst fällt man sonst geht man ja auf die scheibe das ist auch blöd alter das ist ein problem genau wir nehmen das einfach nur als observations deck oder also das wird das sieht aus wie was wie was was man hier quasi nutzen könnte das wird dann bloß ins observations deck observation deck da gut da hätte ich aber auch gleich komplett nur fensterscheiben nehmen können ja sehr egal ich lasse es jetzt erstmal so vielleicht fällt mir dann hier oben noch was eigentlich könnte ja hier jetzt zum beispiel noch ja das loch habe ich mir jetzt dann auch mal aus dem anderen grund gelassen aber ich sehe gerade das könnte ich sogar hier hinten machen wenn ich eh noch weiter rein buddeln muss kann ich das sogar weiter hinter setzen aber hier oben mal gucken ob das geht ich bräuchte mal die wo sind sie denn jetzt sind die da sind sie mit drin genau und zwar würde ich jetzt nehme ich mal hier ich glaube wie rum die sind ist glaube ich egal oder und nehmen jetzt für mehr herstellungskomponenten echt jetzt ist das euer scheiß ernst nein aber das ist zumindest schon mal also wie rum ist egal denke ich mal zumindest ich glaube ich jetzt sogar noch ein bisschen größer machen können warum fliege ich eigentlich so weit rum was soll geht denn ich bin ja wohl voll so alter was habe ich denn jetzt genommen das ist ja wahnsinn so quatsch null so dass man hier dann zum beispiel auch das skript drin laufen lassen können was ja jetzt momentan noch auf dem ne das läuft ja glaube ich schon hier ja es läuft ja da vorne schon müsste ich dann bloß umpacken quasi ähm genau und wenn ich jetzt hier sowieso nochmal dieses tue schade ist dass wir für die hier keine lampen haben schade echt dass wir für die keine lichter haben ja solche schrägen lampen hoch cool ich brauche mal corner lcd brauche ich nicht sind die jetzt bei den normalen lichtern mit drin oder kann ich die noch gar nicht behaupten ja das sind ja die hier hm ach ne die waren glaube ich bei den spotlights mit drin ja genau ja die gibt es leider nicht schade 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 das blöde ist auch ich könnte die jetzt nur unten nach oben dran machen das ist jetzt auch ein bisschen blöd das war scheiße geplant weil eigentlich hätte ich die gerne hier dass die auch nach unten strahlen und nicht nach oben also eigentlich hätte ich die hier gerne so dran gemacht ach so gut ich kann sie ja hier dran machen ja stimmt so da hätten wir doch schon mal ein paar hier kriege ich jetzt keine dran ne die kriege ich bloß hier hinten dran sade 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 aber wieso kriege ich die hier vorne nicht dran ach so weil die hier vorne keinen Halt mehr hätten ah ok aber gut dafür kriege ich hier noch welche dran ah gut warte mal wie war das jetzt ich kann mich doch hier unten hinstellen und dann wird es dunkel oder ha genau aber ich sehe es dann leider nicht richtig ich würde es nicht richtig sehen aber ich will bloß was probieren weil ich würde sagen die Folge neigt sich dann schon langsam wieder dem Ende zu ach so ach doch ich kann noch zugreifen was ist denn eine Antenne wollte ich auch noch setzen wie mache ich denn jetzt ah hier so ja gut radius intensität ja eigentlich sollen sie nach vorne leuchten aber das machen sie auch gerade nicht die leuchten eigentlich mehr in den raum rein auf was steht das jetzt normal auf 10 oder was das ist jetzt da oben drin bestimmt übel hell das wird man jetzt zwar schon dunkeln sehen aber kann ich mal meine Funsel ausmachen es wird halt nicht dunkel jetzt hier drin weil das draußen natürlich nicht weil draußen natürlich noch eher noch das Licht angelassen hat und bis nach unten bis nach unten strahlen die natürlich nicht das ist klar das ist ganz klar ich glaube das schaffen selbst die normalen Spotlights nicht dass die von da oben bis hier runter strahlen aber sieht zumindest schon mal gar nicht mehr so schlecht aus gut dann haben wir jetzt da oben schon mal unser kleines Observationsdeck ob das jetzt noch eine Kommandokanzel wird muss ich mal gucken aber ich denke mal schon weil ansonsten haben wir ja quasi nicht viel für da oben gut dann gibt es jetzt noch ein Bildchen zack wie gesagt dass die Folge da jetzt abgeschissen ist das tut mir echt leid aber wie gesagt ihr habt ja jetzt gesehen wie wir es dann quasi noch gemacht haben oder beziehungsweise habe ich es euch noch versucht zu erklären aber ja gesehen wäre natürlich besser gewesen ist auch wieder richtig aber wie gesagt die technischen Probleme gibt es halt ab und zu mal da kann ich da bin ich auch nicht vorgeschützt also definitiv nicht gut aber bevor ich lange rumschwalle danke fürs Zuschauen wenn es euch gefallen lasst mir immer ein bisschen Feedback da und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Space Engineers danke fürs Zuschauen Tschüss